Yo yo yo, let's go people, Master Drunkens sind am aufnehmen, der DD, der DD2 und der Posta Killa rocken heute wieder mal Zombie Night, oder? Ich will auch nicht zusagen, der Killa ist ein scheiss Pussy, er hat keinen Bock gehabt, zum aufnehmen... Es ist ein Schand für einen Pionier wie ihn beim Zombie Night, dass er mal auslässt. Es ist ein Schand, er akklamiert sich. Und ja, der DD2 ist eigentlich inkognito der Marty McFly, das muss ich einfach gesagt werden. Das ist nicht so, dass ich heute nicht dabei wäre, ich bin einfach mit Dario zuhause, oder? Ja, nur dass ihr alle wissen, dass ich inkognito der Marty McFly bin. Mani? Es sucht, er gehört nicht aus. Ja, ja. Ich wäre gerade voll spielsamen Verlust gewesen. Ja, wir suchen einen vierten Spieler, das wäre kein Problem, wenn Marco Killa dabei wäre. Wir nennen keinen Namen. Wir nennen es keinen Namen, Marco, du bist ein Arschloch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Killa, du passest etwas, das wird legendär, ohne dich natürlich auch. Ja, scheiße, wir hätten schon eine Minute, zwei Aufnahme besucht, oder? Leute, heute darf ich auch mal Alkohol trinken während dem Zocken, weil ich nächste Woche habe Ferien. Manni, bist du? Gehörst du mich? Ja, easy. Der Bostakilla ist aber... Ist er gut? Keine Ahnung, ich scheisse auf das. Aber gut, mach dich bereit. Gut, alle sind bereit, nur der Bostakilla checkt sie doch mal nicht, wie man den Knopf drückt. Du musst ihn bereit machen. Ja, sorry, warte. Ich liebe den Typ. Ja, ich bin doch besser. Oldschool. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hey, wieder mal auf einen Oldschool-Zone hinein. So, ich muss jetzt zuerst noch meine Empfindlichkeit einstellen, weil ich glaube, es ist wieder mal beschissenmäßig auf dem Viering. Aber weil ich ein richtiger Probe bin, brauche ich zu sexy, oder? Ja, und ich spiele vom Viering. Hast du ja wieder vom Viering? Den gehen wir wieder an. Oh, 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 oh. Böse Fälle. Ja. So, entfernen wir noch mal ein paar Zombies und Kippen. Oh, hau ab, Dario. Das ist viel mehr als wenn man betrunken ist, Dario. Hey, Dario. Hey, Dario. Wenn man trinkt und raubt, kommt mir noch viel mehr spazieren. Du mögst den Tag frei jetzt, Dario. Ich hoffe nicht. Ich mache das so richtig. So, stell dir jetzt das Lerens ab. Los. Der ist da, ich bin. Oh, shit. Eiii. Was ist denn das für ein Arschloch? Er hat mir einfach die Zombies geklaufen. Geh meins. Warte, sag etwas. Ich geh. Mann. Manni, geh weg vom Fenster. Die Turbine ist fertig. Gut. Oh, ich hatte den Kübel. Guten Mann, geh montieren an einem Bus. Und für alle, die es nicht wissen, der Kübel ist noch ziemlich praktisch, dass man auf den Bus raufkommen kann. Dann schnell mal eine Turbine, machen wir den Weg noch mal frei. Kann ich nicht. Du musst rein jetzt. Genau. Genau. Dario. Jetzt schieben wir es mal schön auf den Bus. Ich höre schon die ganze Zeit bei ihm. Wir sind wieder voll Pädobären, Dario. Sorry, haben wir die Einrichtung wieder, weisst du? Ja, der Bus fährt am Morgen. Ah ja. Es macht auch Spass. Du kannst schon auf den Bus rauf. Ja. Ja. Das ist doch geil. Oh, du verdammt. Okay, Jungs. Nur zur Info, dort bei den Stangen kommen, wenn wir drüber kommen. Dann muss das Timing stimmen. Hey, sind wir schon weg? Ja, wie gesagt, der Bus fährt. Ist er im Bus? Sag mir, dass der Mann im Bus ist. Oh, du bist so dumm, ey. Ich kann ich durch den Nebel laufen, weisst du? Oh Manni, durch den Nebel laufen, ist lustig. Ja, ich brauche es. Der andere ist geil, er sollte nur mit Turbinen rum. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was meinst, Dario? Gibt es eine Nebel-Aktion? Wer hat schon viel? Nein. Keine alte Nebel-Aktion. Komm schon. Das reicht uns nicht. Hey, wer kommt rein? Oh oh. Ja, es ist passiert. Ich bin am Bus-Kide, Leute. Aber ja, ich schaff's doch nicht im Bus rum. Dario, komm. Komm auch, aber komm, Dario. Nein, ich bin hier nicht im Bus rum. Nein, nein, nein. Aber du bist jetzt jung halt. Oh, ich hasse die Ginerade. Martin, ich hasse die kleine Rasse. Ich bin hier nicht im Bus. Ah, nein. Oh, geil. Jetzt muss ich mir helfen, bei den Rassen. Oh, das ist gut. Wir sind ja live-hackt. Ich bin immer noch nicht mal wie euch. Ja, wir sind auch alle vom Bus heute. Okay. Manni, wir sind schon da. Komm jetzt. Komm schon, Bostakila. Okay, den Bostakila sehen wir auch immer, Manni. Hey, den kann man auch nicht ernst nehmen, ob Bostakila hat. Okay, ich bin da. Oh, es tut niemandem weh. Komm, dann lass mich frei. Das ist meine, oder? Das ist meine, oder? Das ist meine, ja? Verliß dich, Knife, hm? Jetzt wird geraumt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kör mal weg, komm weg. Du kannst dich rein spielen. Oh, so liebe Leute am TV zu Hause oder am Computer. Was wünscht dich ein kleiner Bub mehr als alles andere auf Weihnachten? Ein 5-7 Akimbo Baby! Oh ja, mit dem du rufst. Es gibt nur etwas, was besser ist. Ein Cobra-Kampfhelikopter, denn der hat Raketen und Maschinen geschützt. Nur das ist besser als ein 5-7 Akimbo Baby. Gut, und weil ich so ein richtiger Flitzer bin, kann ich mal schnell das Schild bauen. Und dann den Busport. Was meinst du, gehen wir rein? Die haben das Ding mit dem Busport. Ja, dann tue es her. Jetzt kann ich nicht. David, wo bist du? Oh, jetzt habe ich einen sehr gemessen. Hast du den gesehen? Ich rufe ein bisschen auf dich. Ich bin schon wieder da. Du bist dahinter, du schaffst es noch rein. David, komm. David, komm. Komm schon, Manni. Manni! Du kannst die Rocken schon kümmern. Voller Zeichen. Voller Zeichen. Ich liebe dich. Voller Zeichen. Du bist nur ein Zeichen. Du bist nur ein Arschloch, David. Du kannst die Rocken reinfletzen. Oh, ich komme zu meinem Bierfläsen. Oh, nein, du bist nur ein Arschloch, David. Oh, du bist nur ein Arschloch, David. Oh, bist du ein Arschloch, David? Was kann ich dafür? Ich habe einen Kollegen über den Rücken gelegt. Ja, ich dachte, ich habe immer einen Schluck für mein Bier. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich. Du hast schon geschlägt. Wir sind ein Messerstecher. Wir sind ein Messerstecher. Wir wollen auch Unterhosen. Ich muss mich schon aufzeigen. Wer ist denn aufräumen? Ich? Wo bist du, Manni? Was ist los? Ja, ich bin mit meinem virtuellen Kollegen hier, weisst du. Was? Er ist doch ein neuer Kollege. Ja, mit dem anderen. Oh, hängst du nicht mit fremden Leuten? Hat er seine Mutter nie beigebracht? Ja, entschuldigung, ich weiß. David, nie zu fremden in der Rücken. Hätt er... Schockiert. Wiedergesehen, oder? Hat er den Bus? Ich will nur genug Geld haben, dass ich ihn nachher da Kakao kaufen kann. Okay, ich weiss nicht, was es gibt. Ah, die haben so wenig für mich. Der andere ist so eine gute Zahl. Oh, jetzt geht's. Der andere ist voll im Aufruf, ey. Der andere ist voll im Aufruf, ey. Der Bus? Ja, entschuldigung. Nein, nein, nein. Dann bauen wir nachher den Elektrofall auch noch für unsere Zuschauer. Nein. Aber es sieht doch geil aus, wenn wir da bauen. Ich bin sie. Das ist ein Ballistik-Gymnein. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ich bin ein Team vorne weg. Ich bin ein Team vorne weg. Ich bin ein Team zweimal oder so. Ja, sonst will ich nicht mit der Spiel. Zeigst du, was du enthält. Aber das Roten blinkt schon. Ja, immer. Ich komme nicht auf, wenn du dich hier verpissst von dort, Alter. Ja, ich bin ein Team vorneweg. Ja, ich bin ein Team vorneweg. Ja, du bist ja zu dumm. Ja, das geht nicht. Ich fahre alles einfach. Du, ich verloze alles. Siehst du, ich bin. Das ist ein Team dort. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team oben. Ich glaube, du musst die Steuern öffnen. Wo ist denn der? Hey Team! Ja, die liegen alle vorne. Hier ist die Hand. Hast du die Hand gefunden? Hast du die Hand nicht aufgenommen? Ah, was du willst. Dann kommen wir rein. Hört bestimmt zu, Ding. Hast du den Scheiß? Das wäre alles viel einfacher, wenn ich Piktogramme hätte. Ja, die Scheißsaustorbe hätte. Hau rein. So, let the people go. Wir hätten schon nie geschafft haben. Das sieht schon richtig nett aus. Schau links. Gefällt euch das Licht? Gern geschehen! Wenn ich die Turbine erhebe, geht das schon jetzt hoch. Geil! Schau! Nein, wir haben keinen Schild. Hast du gesehen, Arjo? Es ist wieder runter. Geil, ich suche. Chillen wir uns wieder zum Bus. Geil! Da vorne liegt noch etwas. Geil! Ich schaue, ich schaue. Das andere war unten. Das andere war unten unten. Das andere ist der Tänne und unten. Geil ich bin runter. Geil ich 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 runter. Geil raus. Ich bin irre! Ich habe einen Türen zu gemacht durch mich ein Hobbit. Nein! Ich bin auch rein. Aber zuerst habe ich einen Türen zu gemacht. Das war sicher du. Ich fahre da rein und fahre einfach nicht rein. Komm mal runter. Schaust du auch noch? Nein. Lohnt es einfach. Lohnt es einfach. Lohnt es einfach mal. Hör mal auf. Bis dahin kommen wir uns. Schweine, schau. Schweine! Ah, er ist vorbekommen. Hinter dir! Die halbe Scheide, wenn du da bist. Nein, jetzt sind wir wieder da eingespult. Nein, jetzt sind wir nicht. Nein, jetzt sind wir nicht. Nein, jetzt sind wir nicht. Ich bin hier oben. Ja, du musst jetzt auf. Nein, du musst immer auf. Nein, du musst nicht mehr drauf. Ich mache ja jetzt die Masse. Jetzt bleib ich in der Stadt und die Schie. Du bist da nicht mehr drauf. Nein, du musst doch nicht mehr drauf drauf drauf. Du musst doch nicht mehr drauf drauf drauf. Schiege. Willst du jetzt einfach in der Stadt? Ja, das ist die Schiegenhäte. Jetzt fahrt er aber schon wieder. Jetzt ist das los. Ich bleibe leider. Ich hab hier mit dir. Ja, normal bleibst du nur. Wir brauchen Dekker-Juggenau. Ja, ich weiss schon. Oh geil, wenn der Bus kommt. Was träumst du, Alter? Wo bist du, Manni? Wo bist du überhaupt? Wir sind immer schon in der Kirche. Ja, in der Kirche. In der Kirche? Manni, es gibt keine Kirche. In der Kirche. In der Kirche. Ah, in der Kirche. In der Kirche. In der Kirche. Ich glaube, ich bin ja in der Kirche. Oh Mann, der Bus ist gerade verstauntlos. Da lässt du dich nur Busch. Nein, Manni. Das ist nur ohne gut. Du bist auch ohne Scheiße. Ja ja, du bist auch ohne gut. Ja, deine Motto. Hä? Was? Ich komme jetzt ohne. Oh Scheiße! Fett geil, der Tier. Hey Mann, ist unser Kollege eigentlich gut? Ja, der ist scheiße. Du bist so ein Bruder in Richtung Thoren. Ha? Geht? Komm auf, die Thoren her! Jetzt ist es aber nicht mehr so gut. So, jetzt wird es... Da ist das Ding. Da habe ich das Gefühl bekommen müssen. So scheiß wenig Zones. Ah, der Knie. Ah, hör mal auf mich. Oh, stirbt doch. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Dann wirst du so nervös. Ich kann mir nicht zum Ball blasen. Ich habe ein mieses Gefühl bei dem Sturm. Oh, fuck! Jetzt noch schon möglich, ey. Maximaler Munition! Oh, fett! Mach, mach, mach! Du gehst nicht drauf, du bist so dämlich. Du bist so dämlich. Du bist so dämlich. Oh, Scheiße. Das ist über den Büsse. Geil. Oh, ich bin doch ein Scheiss-Zombie. Wieso kommen denn so wenig Büsse? Ja, wie sie jetzt aufteilt werden. Du bist ein Behindert. Du bist ein Behindert. Ja, und das ist geil. Da bin ich meinst du. Da, 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 da. Da, 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 da. Boah, geil. Der Bus ist bei mir. Fettes geiler Scheiss. Fettes geiler Scheiss. Du bist auch dumme Schlampe, Mann. Ich lese halt. Oh, Mann. Sie lassen mich nicht rein. 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 Nein, Mann. Nein. Alter, das hängt nicht ernst mit. Ich schwöö. Nein, nein. Ich lasse nicht rein und ich gehe drauf. Nein, das ist nicht mehr. Genau. Ich bin jetzt alle versteckt. Ich bin jetzt versteckt und versächt mich aus der Luppe. Chillt, Mann. So eine blöde Schlampe, mein Schatz. Schreiner! Schöö. Schöö. Ah, was ist los? Seid. Oh nein, ich hab mich am reinen. Ich hab da wohl einen Herzen gehalten. Komm mal. Gut, gut, gut. Ist gut. Ich hab meine Ports. Weisst du noch vorhin, die einmal der Jürgen einfach nicht getan hat? Obwohl er Strom eingeschaut hat. Alter, der hätte ich noch ausrasten können. Ich hab ihn voll. Sam Stuhling aber gar nicht. Wer nicht? Gibt's da eigentlich unsere gute Knarre noch so? Ah, ich dachte die Wetter an den Knarre rumhängen. Oder? Du. Gott, was hat wieder die? Was? Was? Ich versteck mich. Ich versteck mich. Der ist ein Pugler. Der ist ein Pugler. Der hat die Zähne gesehen. Ah, das ist das Samstag. Oh Mann, du willst das vierte Mal rauf! Was ist mit dir los? Du musst nicht schrumpfen, Junge! Jünger-Pizza! Was, du willst eine Pizza? Was glaube ich? Sie benötigen Energie. Wo bist du? Du weißt doch, wie Gamer muss ich eine Pizza, Dario. Ja, du bist ja wohl auf die Wohnung wahrscheinlich. Da ist der Punkt! Mani, wo bist du jetzt genau? Bei dir? Mani? Nein, ich bin nicht bei euch! Denkst du, wie ich mich denke? Ich bin im Turbiner, Scheisse! Ich bin im Turbiner, Scheisse! Ich bin im Turbiner, Scheisse! Oh! Dummisch! Du hast den falschen Arassmann verarscht! Du hast den falschen Arassmann verarscht! Du hast den falschen Arassmann verarscht! Du hast den Fick! Ohne! Gut gemacht! Maximale Munition! 5-7 auf Kimberl, ich war der Böse! Ich glaube, das ist eigentlich mal eine Aufgabe, eine Aufnahme, die man zeigen kann. Oh, boom! Oh, Elam geht heim! Elam geht heim! Ich bin im Turbiner ausdehnen! Scheisse! Potzblitz! Potzblitz! Panette! Oh, holzöpfel und zippelkarte! Pah! Schon wieder Obergine! Pah! Jelle! Schon wieder gehabt! Lutschen und so! Jetzt gehe ich mal ein bisschen zur Kiste rein! Immer sind immer die Ballisten hinein! Bist du tot? Was? Ja, sonst läuft der Rad. Ja. Bis jetzt, das weise ist ja. Oh! 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 Nein, du fass mich nicht! Scheisspiel! Jetzt habe ich 5-7 einfach einzig nochmal gekriegt. Jetzt habe ich sie halt auch Kimber und eins. Dann habe ich sie jetzt. Scheiss 5-7! Oh, F-Kind! Uhuh! Dann schmeissen wir mal eine Party! Ja, ist der Bus da oder? Ah, nein! Ja. Oder wollen wir noch in die Kiste geniessen? Nein! Nein! Nein, komm mal! Dann gehen wir drauf und dann räumen wir es! Können wir immer noch durch den Leben? Können wir eigentlich jetzt? Kommen wir noch gar nicht zum Bus oder in den Bus? Nein! 5-7 geht eigentlich nur anfassen! Mit dem Fall ist es niemals gedacht! Ich sage, Manni, du bist doch im Bus gewesen, hast du mir gesagt! Das ist fach! Ich bin über eine Pizze. Ja, ja! Jetzt bin ich wieder draufgegangen! Ja, ja! Ja, ich bin da, ja! Ja, ja! Ausreden, ja! Ja, ja! Ja! Du bist einfach gibst, dachtest du scheinbar bist! Ja, ich sehe mich! Du drühe, deine Runde! Ja, du bist doch nicht! Jetzt sollen wir mal Verzahnungskorten! Wie viel Geld gibt es? Ja, ich geh noch einmal in die Kiste und dann lande! Nein, lass mich zuerst bitte. Ich habe die Türen geöffnet. Ich habe mich nur angefordert. Oh ja. Oh, lass mich, fahr mal weiter. Jetzt bin ich so weit dran. Jetzt bin ich so weit dran. Für die Bombe. Ich kann gerne noch dran. Vorhin, als ich oben bin, kriege ich es nicht. Jetzt, als ich oben bin, kriege ich es nicht. Da kriege ich mich. Fährst du raus? Du bist schlau. Oh, Kriegsmaschine. Oh, lass mich noch mal. Oh, lass mich weiter. Warte, ich würd den Schepp. So. So, Spaß. Ich habe noch einen Äpfel. 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 Der Bus steht immer noch nicht. Äpfel, was ist mit dem Bus raus? Ja. Auf Wiedersehen. Ey, lauf uns rum. Ah, das kannst du nicht, oder? Fährst du da nicht, aber nicht. Oh, oh. Äpfel, äpfel. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein, nein. Keiner schaut. Ja, die habe ich aber schön ausgelaufen. Das ist Pirouette. Manni, bist du da? Heimat, der Ander. Der wird Putz-Essing gesucht. Putz-Essing wird. Nein, komm nicht rein. Nein, komm nicht rein. Nein. Komm, jetzt mach die Türe zu. Nein, nein. Warte oben. Manni, wir können zu dir. Heimat, Ander, Manni. Was ist mit dir los? Manni, hei. Sonst kann er auch der Ableh. Manni. So, jetzt sind wir gleich. Aber bis jetzt sind wir wirklich schön gespielt. Ja. Entschuldigung. Lass alles im Schnurchen. Manni, der ist dabei. Darjo, Entschuldigung. Woh? Woh? Nie? Einmal haben wir ihn geführt. Ey, woh! Sieht bei, wir sind mit der ganzen Seite vom Bus. Sieht mir vor. Oh, geh runter, geh runter, geh runter. Nein! Wir schaffen es nicht. Ich habe locker hinter dir. Ja, jetzt schau. Wir schaffen es. Jetzt kriegen wir ihn den Pfeil. Ja, ist das schon euer. Ja, ist das schon. Was ist das los? Manni. Woh, der ist bei uns gesponged. Er ist bei uns hin gespawnt, hast du gesehen? Ja, ich habe voll verloren. Alter, sie hat schon fast 200 Kills auf der Backe. Wir sind noch mal bis 60. Komm jetzt ruhig ein Zwickler, es rauscht noch. So ist schon gut. Jetzt schaue ich mal an. Mit einer Verzögerung, wir müssen keine Büsse schlafen. Ich bin leer! Die Riechmaschine ist voll schwul, Alter. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, die kannst du ja wirklich gar nicht verstehen. Die würde ich nicht mal ein Klaube machen. Die würde ich nicht mal ein Mikrofon machen. Ich hätte gerade einfach keine Nadenboden. Äh, Munition hätte man, glaube ich, gehabt. Du bist nur Fleisch! Hä? Der Mann ist schuldig. Was macht das? Nee, Mann, ein Kurbin. Ich habe jetzt einen hier. Ich habe nämlich eine Kurbin. Ich habe nicht mal ein Klaube gemacht. Das ist ein Hackfräser! Das heisst, sie ist eine Granate. Jetzt habe ich genau mit einer Granate abgeschossen. Ich habe nur einen Haufen klettern. Schau mal, ich ballere immer eine Granate. Ich habe nur einen Klaube gemacht. Mann, ich höre euch nicht. Oh man, hast du Kürzis Linie? Manni, man, kannst du auch mal den Wesen an, oder? Spiel! Schmöch! Manni, bist du so scheiße, Alter? Shit! Komm mal aus der Mitte, ich flette hier an! Ich flette hier an, ich flette! Nee, ich merke nie an! Oh shit, oh shit! Ja, ich flette die Granaten hin. Soll ich kommen? Willst du dich besser? Kannst du dich öffnen? Ah, komm jetzt. Ja, was ist mit der Blitz? Jetzt probiere ich es, wir sind die Ratten mit einer Granate abgenommen. Wenn sie mich anspringt, fahre ich mit einer Granate zu schnauern. Oh, ich habe voll erwischt! Ja, ich habe voll erwischt. Ah, 둘he! Sie haben zweimal mit einer Granate gewischt, so was ist die Rattenpist? Das geht gleich raus. Ich bin schon ganz sicher. Alles um dich zu wollen, Ach, ich bin dabei runter. Komm, 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 komm. Gut. Oh, komm, 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 komm. Er macht die Türen immer zu. Wo bauen wir den Schiff? Hey, da ist ja der Zug. Ja, der Mann hat sich verloren. Was ist mit dir? Ich weiß nicht, nein. Ach, dann gibt es den Zug. Ha, jetzt sind wir. Das ist wie verdammter Zug. Jetzt fahren wir über die Busse. Jetzt fahren wir Züge. Ist das eigentlich eine gute Waffe? Ich muss raus. Jetzt muss ich sie durchheben bis zur AKU. Was ist los? Ich kann mit Flaminen. Muni, muni, muni. Ja, genau. Maximale Munition. Haben sie das schon gebaut? Sicher der andere. Ja, aber ich habe eine Turbine. Hey, die Fallen liegt genau. Warte mal. Warte mal. Oh, oh, oh. Ich wollte rein und noch rein. Dann sehe ich einfach fünf Zombies aus. Oh, schau mal weg. Juhu. Ah, brainwasher. Brainwasher. Ja, schön. Bleiben die jetzt. Ich will das nicht. Ich will das nicht, ich will das nicht. Ich will das nicht verfehlen. Was haben wir jetzt gefunden? Wollen wir extra, weil wir zum Zugluss ziehen. Ah, komm ich. Ich denke nicht alle zu Hause sind, die zu mir reden. Wir sind uns immer entgegen, das macht uns gar keinen Sinn, Alter. Wir müssen uns in den täglich gehen, Alter. Ich brauche jetzt diesen Ski, ich muss gleich noch mal einen neuen. Hup! Boah, jetzt habe ich sie aber verbraucht, Dario. Jetzt habe ich sie aber anders verbraucht. Ich ruhe jetzt unten raus, wir killen sie mich nicht. Hey, ich gehe auf den Bus rauf, leg sie bitte ab. Ja, danke. Ja, du wirst draussen rumlassen. Du bist eh nicht zu dem Bus. Oh shit, oh shit. Ich scherbe wirklich. Drum rauf! Ja, sagst du es denn? Nein, ich fahre mir das Wort wieder und so. Das schaffen wir. Komm hinein, Deckti, komm, 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 komm. Komm schnell rauf, wir kommen hinein. Oh shit, das sind über 50 oder so. Heilige Scheisse. Aber 30 Sekunden rauf. Wie viel Zeit denn das, Dario? Fuck you, ey. Ey, hast du gesehen? Die Zombies haben nicht mehr, wo ein Bus geklebt sind, Alter. Ja, ja, ja. Das ist gar nichts zu tun, ey. Heilige Scheisse. Jetzt habe ich nicht alles... Jetzt gehen wir alle drauf. Was? Bitte, die Stationen, ein bisschen schneller. Das ist keine Munition. Nur Munition. Ja, äh... Weißt du, wie hängst du? Jetzt versuche ich die Magnate runterfallen. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Hast du gesehen? Das ist der Bus da. Geil, Alter. Oh nein! Scheisse, komm mal raus. Bitte. Okay, wir sind gleich in der Farm. Das ist geil. Ja, ja. Jetzt haben wir es dann gleich. Oder? Oder? Sag, bitte sag mir Hände. Ja, da, 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 da. Ah, da, 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 da. Ah, da, 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 da. Komm, 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 komm. Tschüss hinter mir, Zombies, die Idioten. Tschüss. So läuft das so schön. Na hör mal auf. Gehst du nicht in der Farm? Nein, geh auf! Nein, bist du in der Farm? Ja, geh auf. Nein, bist du im Farm. Die gewünschten Kriegern sind auch noch. Wenn das mal nicht schöne Weihnachten sind... Geil, ich bin hier oben. Wenn das nicht mal schöne Weihnachten werden... Was meinst du? Ich behalte dich, glaube ich, und tausche 5-7. 5-7 geht ab für die Fetzli. Meine Kollegen, ich muss in den ersten Jahren wachen. Jetzt kann ich mir den Tag aufmachen. Was ist passiert hier? Das ist der Mann! Das habe ich dir erzählt! Oh shit, er hält mich! Genau! Er kann mich nicht killen. Er ist einfach da. Wieso lässt er mich in Ruhe? Gehen wir weg, Mann! Hilfe! Scheisse! Der macht mich tot, Alter! Der Tod ist nicht tot. Der Ursohn! Ey, nimm ihn weg von mir! Aber das ist noch geil, dass wir das jetzt gerade beim Aufnehmen drauf haben. Das ist doch noch geil. Jetzt haben wir es gerade beim Aufnehmen drauf, Dario. Dario. Was ist das? Dario. Das ist der Typ! Das meine ich ja! Dario. Das haben wir das letztes Mal nicht. Letzten Sonntag haben wir es dir erzählt. Weisst du noch? Ja. Und du hast mir nicht geglaubt. Du denkst so, Martin, dass ich echt spinne doch eh. Ja. Ich dachte, dass ich den Bus hinein würde. Ah, da ist der Block! Eben ja! Und dann schockt der Bus drinnen unten. Schon? Ja. Ja, ich bin am Lecker. Ich muss mich lächeln. Ich muss mich lächeln. Ja, ich bin am Lecker. Ich muss mich lächeln. Ich muss mich lächeln. Der Busfall. Ja, die Chance, Alter. Ich muss mich nicht mehr in der Busfall. Okay. Einmal. Ich bin los. Jetzt habe ich es nicht gut geschafft, dass jemand auf der gleichen Position erhält. Oh! Den Umbeln habe ich noch hin. Holt das Mal. Ich habe nicht mehr. Die Schocktele Bus, dass der mich anklopft. Ja, der fährt nicht. Die bringen die Ruhr imищand weg. Naja. Das ist aber schon geil, dass wir das beim Mobenehres drauf hätten, Das passiert ja nicht jedes Mal. Eber genau das Leicht! Das meine ich! Oh, Munition! Häfflich. Komm, mach das. Scheisse, ich muss die Munition holen! Ich weiss genau, dass ihr Toten alles verdient! Wieso gehen sie nicht auf den Äpfel, sondern auf mich? Oh, ihr dämlich, ein mieser Rack! Ich habe noch ein Fiss noch aus meinem Gesicht, Mann! Ich habe es! Ich habe es noch klar! Sehr schön! Du Todesfolger! Das ist dämlich so ein Arschloch! Ja! Aber letzte Zombie Night an Martin! Schau, liebe Zuschauer! Letztes Mal, als ich gesagt habe, Mario, da ist ein leuchtender Typ bei mir! Martin, du kinkst eindeutig zu viel! So! Und dann kommen wir wieder in Sprüche! Ja, Martin, was hast du wieder geraut? Das will ich auch mal! So Zeug hörst du, oder? Ist das gut? Ja, ich bin da oben weggekampft! Ich habe eine Äpfel, eine Grenade! Du bist erst im Stapel! Scheisse! Wo ist der Mann hier überhaupt? Den habe ich seit dem Bus hier, seit dem Anfang gesehen! Seit dem Anfang habe ich das eigentlich nicht mehr gesehen! Das habe ich zuletzt gesehen am Anfang, wo du eingestellt bist! Du bist nur in den Besten! Der Mann ist ja der Typste! Oh, Insta-Kill! Ja, ja, der Ultimato-Druck! So, dass wir unseren Zug nehmen! Das ist ein Rieser-Stock hier! Hey Manni, bist du da? Manni? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ist er nicht mehr dran, oder? Ich weiß gar nicht, ob die alle Autos sind! Ich scherbe! Aber ist er noch nicht drin? Irgendein Scheisse-Lauton, wo er kommt! Zuerst der Typ beim Bus, der uns schockt, dass er nicht fährt! Ist er jetzt weggegangen? Auf den Boden! Leicht knutschen! Der geht voll weg! Aber eben, das ist der Typ, der macht den Strom! Ja, ja, okay! Aber was ist denn das für ein Pflöde? Oh, das ist so nicht dran! Hey, schau mal an! Da ist der Pflöde ohne Kopf! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ist die Verbesserung der Munition eigentlich gut? Hast du nicht mehr Munition, oder was? Nein, das ist eigentlich schwer! Aber für mich wurde der Pflöde schon automatisch! Ja, ich habe 10'000 Stutze, ich könnte schon lange mal etwas pippen! Ah! Weisst du, wo ist er? Der ist in der Stadt, in der Lava drin! Hast du ihn noch nie gesehen? Schau mal in der Lava drin, dort ist er damals beim Überleben! Ist er dort! Weil sie das auch dort hat! Da in der Lava drin, in der Mitte! Da ist er sonst damals! Nein! 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 Ich bin echt gespannt mit dir! Aber ich blühte, glaube ich! Aha! Ich habe meinen Kopf abgeschlagen! Scheisse! Mann, bist du da? Ich lasse mir immer den Kopf in den Beschissenen aus! Das kann so nicht sein, oder? Ah! Mein Kopf brennt! Scheisse! Hey! Das war eine Wehe! Ich bin in der Hose! Ich bin ja ohne! Endlich sind alle wieder mal 10'000! Mann, ich verpiss dich mal! Ich bringe dich hoch! Was ist der Mann so? Ja! Hey Mann! Mann! Der ist jetzt blockiert mich die ganze Zeit! Das ist dummes Arsch! Was habe ich jetzt für Scheisse in drei Kanonen? Ah! Ich bin da überrascht ja gar nicht! Mann, bist du da? Ah, Scheisse! Oh! Mann, hinter dir! Ich höre das nicht, oder? Ich schaue wieder in die Regen jetzt! Krössich-Zombi! Mann, ich höre mich! Nein! Kein Problem! Oh, ich bin so schön auf dem Boot, am EM! Scheisse! Oh, ist jetzt so schwer! Was schiebend! Was schiebend? Ich höre mich schon an, oder? Also! Oh, Mann! Mann! Was ist die beste Waffe? Ich habe meine guten Waffen geklaut, weil ich runtergehebt will in den Laden. Sie sind sehr schön am Camper. Sie haben ja alle geschickt. Sie haben immer schön in den Kiel geholt. Und dann bin ich raus in den Laden. Du bist nicht raus. Ja, ich habe keine Chance mehr. Wie ist das denn? Ja, ich habe schon. Ich nehme noch ein bisschen die Schüsse. Ich bin jetzt noch nicht in der Flüssigkeit. Ah, die Schilder habe ich auch verloren. Ich habe noch einen Schilder. Ich habe noch einen Schilder. Schön schön aus dem Weg im Schilder. Weißt du nicht noch? Ist das schon weg? Was ist das? Das ist unser Rekord. 12 von der Saison. Wenn wir so einen Mekern. Ich habe jetzt null Schüsse. Ja, ich habe nur ein Messdruck gemacht. Oh, schau mal an! Was ist das denn, Mann? Oh, schau mal an! Der Ruhl läuft drinnen wie ein Bergmeister. Vielleicht nicht noch nie sehen, oder Mann? Achten, warte. Jetzt ist es wieder so. Jetzt sind wir alle nicht drüber. Wie ist denn? Ich sollte mich wohl nach Munition umsehen. Oh, was? Keine Ahnung, ich bin zu hoch. Mann, ich bin auch dran. Mann, ey! Was? Was? Ey, Jungs, da haben wir noch eine Staple an. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh, du hast mich auch in die Staple. Nein, ist der Mann. Oh, der ist am Bus. Oh, arme Hutz. Jetzt geht's los. Jetzt kriegt ihr die Kippe rein, Mann! Jetzt müssen wir die Staple anbauen. Oh, ich werde gekippt. Ich werde gekippt! Hilfe! Ah! Nein! Jetzt haben sie einfach gekippt, die Ohren. Das soll sie sein. Dann hole ich noch den Ohrenbuss. Kommt mir ein Instacill, komm! Jetzt haben wir einen Instacill. Jetzt können wir locken. Oh, locken! Heilige Scheisse, Alter. Muni, Muni, Muni! Warum nicht dritt sind wir nicht schlecht, oder? Ah, drei Emporia Geld, aber ich kann nichts kaufen, ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Keine Kiste, nichts, was man eigentlich gut kaufen könnte. Der alte Herr muss seine Hüften aufgeben. Ah, das ist das Problem. Keine Kiste. Ich habe noch mal eine feste Munition gehabt. Ich muss mir den Zambyschild einmal beholen. Oh, ja, das ist das Problem! Das ist das Problem. Ich habe ein Auffahrt. Ja, 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 Jungs! Ah! Ah, ja. Maximal Munition! Ja, ja, gut! Ja, ich bin dran. Was machst du? Ja, mach mal! Alles gut, Arjen. Ja, alles im Griff. Ich habe nur Knarre und Bedrehen zwang. Drehen wir den Scheiss. Ich habe nur Knarre und Bedrehen zwang. Das hat mir nicht schlecht, oder? Ich glaube, ich halte die Farbe anpacken. Rauschen gehört aus. Was? Wollen wir so aus Rauschen? Der Sturm von Trunk und der Sturm. Ich kann nicht nur die Käse werden. Genau, der Anteil ist zum Sterben. Ich glaube, ich sehe die Farbe zu viel werden. Der Sturm. Ich weiß nicht, wir treten hier oben. Und das Schild habe ich auch noch mal aufgebaut. Das Schild, ey. Schau, das ist ein Brand. Oh, rund 14. Wir kommen aus der Kille. Komm her! Mann, ich komme rein! Ich bin halt... Hey, Junge! Auch guter Kardite! Dort Campe ich noch, wenn wir angehoben. Hey! Bleiben wir raus, oder gehst du anstehen? Ich gehe aber schalte mal aus der Schuhe nach. Schau, keine Schuhe nach. Ja, stimmt. Du hast auch keiner mit... Ich habe ihn, oder? Ja, ich bin in der Stadt. Du bist safe. Scheiss safe! Ich gehe noch raus, wenn wir angehoben sind. Äh, das sieht schon. Was? Nein! Komm her! Ich muss die Aka holen! In der Stadt hat es keine gute Gnarren, Mann! Dann holst du die Polizei wieder rein! Ah, wie stellst du das vor? Ich muss dann noch weiter mit der Brut wieder führen? Ja, wenn du zur Aka gehst und wieder zurückkommst, komm wieder rein! Ja, stimmt! Aber dann musst du mich safe mit dem Ding! Ja, ist gut. Ich meine, ich werde die Alpenbuss. Wenn ich nicht mehr denke. 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 Ja, ich habe die kurte Wannebände. Ach, okay. Ja, ja. Hier nach der Kiste geht um Hilfbetten. Kusot, bitte lieber Kiste geht! Papp, kriegt doch jetzt Strahlen gehören. Hast du sicher auch in den Platz? Oh, Kiste geht um die Hunde. Die hat die Sprecher im Westen verwandelt. Wo? Wie wäre es hier? Oh nein. Das ist nur weil eine Turbine. Ich glaube, die kann es in dieser Stelle. Nein, nein. Da oben hat es Blitz. Sag mir, das ist ein Blitzer. Wir nennen ihn aber jetzt Blitzer. Ist gut. Blitz in den Blitz. Wir nennen ihn Blitz. Blitz in den 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 Blitz in den Blitz. Was sind denn? Wo sind meine Homies? Oh, mein Gott. Nein, ich komme ganz ruhig. Ahhhh. Keine Panik. Auf der Titanic. Ahhhh. Ja, wo bist du? Hau rein! Hau rein, Mann! Hau rein! Scheisse, ich sehe nicht viel Damm. Es war super. Hau weg! Oh, jetzt haben wir, Alter. Jetzt haben wir, Alter. Also da kannst du sagen, was du willst. Aber jetzt haben wir. Oh, mein Gott. Wir haben den Mob gekriegt, Alter. Du hast gerade gekriegt, Alter. Scheisse, Mann. Ja, nein. Du bist dort. Du machst dich mal. Aber ich habe hier gekriegt. Nein, scheisse. Ja, scheisse. Ja, scheisse, Mann. Scheisse, Mann. Save mich. Save mich. Ja. Ja. Ich bin im Augenblick. Ich kann mich nicht verwechseln. Save mich. Save mich. Jetzt geht es mir mit. Da ist mit dem Messer. Scheisse. Hey, es sind viele. Fuck, ist das viel, Alter. Schau, das ist ein Gemini. Bei dem kann ich die Ohren gut sehen. Da hatte ich schon wieder keine Munition mehr mit dran. Munition! 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 Ja, gell. Nicht mal vom Land. Ja, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh, meine Knappenplätze am leer. Scheisse in der Munition aus. Mario. Ja, aber weh brutal für mich, warte Leute. Ist jetzt lud. Die Knappenplätze und gehört? Auch mir das zu name vorher. Es ist ja einmal privat, wir stehen uns auf 17 Uhr lang. Ja, aber das ist ja paljon, was wir sehen müssen. Das ist eher schwer. Haa, Marco? Gilem! Da sehst du, wir kommen auch ohne dich이다 zu den. Da geht wieder besser mehr. Es ist ja komisch, wenn du mal mit dabei bist, dann kommen wir überall mit Zehnein. Mom, du willst einen Jogging? Ich gehe in den Kisten. Ist die Kiste noch da? Nein, die Kiste in der Farm. Ist sie auf der Farm? Oh Scheisse. Ich habe nur so viele Zombies am Arschloch. Ich habe so viele Zombies am Arschloch. Schau mal zu mir auf den Bildschirm schnell. Die kommen alle da rauf. Oh shit. Oh shit. Hier, du in das Türken. Nein, ich zieh Druck, ich zieh Druck, ich zieh Druck. Ich bin zündhaft am Arsch, Alter. Ich habe keine Munition. Sprichst du mir alle zu mir? Ich bin zu tun. Oh, guten Mal. Eine Munition. Jetzt gehe ich auf die Ballerinnen. Ich kriege es hier. Hier. Wo hast du mich hier? Es gibt nur eins. Ich muss meinen Mann schlussieren. Warte auf. Komm auf und dann stehen wir unseren Mann vor Ihnen. Wir laufen nicht mehr weg. Dreh dich um. Du von dieser Seite, ich von anderen. Beinen. Beide hier eine Stunde. Und jetzt. A kiedy. AHHHHHHHHHHHHHHHHH Ich komme mit dem Schild mit Fremdlauf raus. Ich hebe sie zurück für dich. Ich hebe sie zurück für dich. Nein, ich hebe sie zurück. Ich lande mich nicht auf den Stich. Aber jetzt habe ich sie so weiter zurückgegeben. Jetzt nehmen wir mal die für den Kollegen. Gell, Dario. Und ich gehöre immer noch Dario. Ähm, Martin ist ähnliches Arschloch. Aber schau mal wie ich sie mit dem Schild gesaved habe. Geh weg dort. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Wir nehmen uns jetzt zu viel, wir sind verdammt. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ich kann mal einen Segway. Ist nur einer. Ja du hast mich verdammt safe. Ja ich muss jetzt hier auslaufen, jetzt kommen jetzt alle hinter mich. Jetzt musst du mich echt safe. Aber geh ein wenig links von mir sonst kann ich jetzt hier. Ja, hau jetzt einfach drauf ins Köffen. Hast du genug für den Jürgen, dann segeln wir nach oben. Verdammten Freaks. Oh meinst du noch. Scheiss egal, geh jetzt rein. Jetzt überall los. Komm jetzt hau mal rein, Alter. Ich safe dich hier auf der Strasse. Ich hebe sie zurück, ist gut? No, ich rechte dir. Was rechte? Sie kommen ja alle hinter mir. Ich safe dich, Dario. Ich safe dich, ich safe dich, Dario. Ich habe hier die letzten gekillt. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Dario, ich bin ein Held. Dario, ich bin ein Held. Dario, ich bin ein Held. Ich fahre mal so scheiss Bus, Mann. Du würdest eine Granate an. Was hat der Mann in den Führerding? Handynummer. Jetzt! Ich habe hier eine Granate angefordert vom Bus. Jetzt fahrt der Dario an ein Wissgebühr. Jetzt fahr, Alter, Zombies kommen. Oh Scheisse! Nein. Oh, ich spiel. Nein. Oh, ich fahr den gefahren. Ah ja. Lass sie nur alle zu mir, dass wir einigen kommen. Ja, ja. So ist das. Ja. Genau, ich habe gestammt. Oh Scheisse! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ich bin da oben. Komm hoch. Nein. Komm mal auf, Alter. Die bringen uns um. Oh Scheisse! Ja, wo bist denn du? Ja, das klappt. Komm auf, Alter. Bitte. So verreckt er nicht an der Mob. Fuck, Alter. Immer mit Mob hast du eine Runde in Spanien. Wenn mein Herz pumpt. Runde 15 Kilo M ohne dich. Jetzt brauche ich Beruhigung. Es ist hart, wenn man mal sieht, dass man überhaupt nicht braucht. Das trifft mir auch eine Höhre. Die Mutterscheid. Oh, oh Scheisse! Schau mal! Was hat er nicht runtergefallen? Ja, schau jetzt lieber, Alter. Bevor er es richtig umführt. Du schau, ich muss nur anziehen. 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 Schau. So, schau, Taro. Jetzt könnt ihr wiederkommen. Jetzt kommst du mal anziehen. Oh Scheisse. Oh, ich bin immer noch. Das ist ein Scheisse. Oh, das ist jetzt. Jetzt sind wir eh am Arsch. Dann können wir mich weg, Alter. Dann kommen wir ja nur noch viel. Ich habe das Wort. Gellibraut verlassen immer zu lesen. Ich würde jetzt schon einmal anziehen. Ich habe angenommen. Was hat er bei dir für eine Nummer? Das ist richtig. Wieso? Es hat nur ein zerbacht. Nicht nur einen sinken. Wieso? Das ist ein Licht, mich erwartig. Ich schau auf, du Aussenseiter! Jetzt muss noch ein behindertes Schild. Da sind wir vorhin runtergegangen. Bitte mal an! Bitte mal an! Wir hören jetzt so aus uns. Wieso gehörst du uns nicht? Manni? Ja. Wieso gehörst du uns nicht? Ich weiss nicht. Brauchst du noch. Ja, hast du dein Herzen keinen Akkommett? Ich kann anfühlen. Hey, Dario. Absolut. Hey, noch 29 Schuss, Alter. 29 Schuss. Ja, Manni. Ja, Manni. Ja, Manni. Jetzt gehörte ich aber im headset. Ja, gut. Ja, weil du... Mit der Hose. Ich muss mich ein bisschen nächtigen. Ja, ja. Mit dem Handy, weißt du? Du weisst nicht? Ja, Manni. Ach, du, gechillt. Schau, du hast gechillt. Es steigen runtergekommen. Ja, ja. Ja, hättest du jetzt den Schnorren? Ja, ja. Ja, ja. Also, wir. Ich und Dario. Schön! Oh, klatsch! Das gibt's, glaube ich. 10, ne? Ein schöner Streckspruch war es. Mhm. Er fadert nur... Er ist ein schöner Weg, der war ein Drecksack. Er ist ein Schild, ja? Er ist ein Schild, ja? Er ist ein Schild, ja? Er ist ein Schild. Ja, er ist ein Schild. Er ist ein Schild. Ja, ich habe auch nur Pistolen, oder? Ja, ich habe auch nur Pistolen, oder? Und AKU... Ich habe mich einmal nur bei Pistolen durchgekauft. Ich gehe dir den Schild holen. Gib mir das Seife. Nein. Ich muss dir das Schild holen. Oh, was ich meine? Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Oh, fuck! Geh weg. Scheisse! Hilfe, lieber Gott im Himmel! Ich habe es dir. Wie hat es dir? Wer macht es dir? Wer macht es dir? Wer hat es dir? Ah, shit. Jetzt! Nein! Nein, mein Name kommt drinnen! Komm rein, Alter! Nein, sie können alle! Ja komm mal hoch! Du schaffst es, komm hoch! Scheissige Schüsse mehr von nichts! Einer ist da oben! Ist ja gerade zu los wie jetzt! Kommst du hoch oder? Oh Scheisse, es sind zu viel von oben! Schüsse! Kein einziger Schuss mehr! Wir farmen wir weg, Alter! Wir farmen wir weg, Arjo! Du musst schüssen! Du musst schüssen! Du musst schüssen! Bist du doof, Manni? Ja, aber du bist doof! Du bist doof! Du bist klar, Alter! Hey, hey, Scheisse! Hast du nicht einen mehr? Ja, mit dir kannst du mal noch, Alter! Ich habe sogar mein Schild für dich gegeben! Prinz, den ganzen Bus habe ich mit dem Schild aufgeräumt! Hast du mir gesehen, wie ich mit dem Schild aufgeräumt habe? Ähm... Ich bin auf dir aufgeräumt! Guten Mann! Alter, schau jetzt! Du musst auch kommen! Alter, wir schaffen es auf dem Bus nicht mehr! Wo ist die Scheisskiste? Rechts, rechts, rechts! Das Gebäude müssen wir jetzt halten! Dort oben halten wir uns jetzt! Das können wir halten! Beim Überleben halten wir das! Geh an die Ecke her! Geh an die Ecke! Aber Scheisse! Ich gehe an die Ecke! Aber Scheisse! Oh, fuck! Was soll ich jetzt? Mann, komm schnell! Ich komme ja! Geh mal aus dem Weg! Halt schnell, Mann! Ich muss nicht heilen, Mann! Scheisse! Nein, schnell! Schnell, schnell, schnell! Halt schnell, Mann! Halt schnell, Mann! Halt schnell, Mann! Halt schnell, Mann! Halt, Mann, Mann! Halt, Mann! Halt, Mann! Jetzt der letzte ... Kill' den! Kill' ihn mal! Mach' einfach! Ist egal! Lass! Ich muss zurückkasten! Lauf einfach weg! Du hast ihn gekillt! Warum werden du? Oh, wir sind am Arsch, Alter, ohne Settel. Keine Waffe. Jetzt, bitte, in einen Sniper, das landet. In einen Äffli, es nachgeht. Schau, schnell auf den Bus, Jungs. Wollen wir bei der Farm bleiben? Nein, ich bin verblüht. Ja, komm in den Scheissbus, Alter. Ich habe noch einen Scheiss-Sniper, Mann. Wirf ein Äffli, ja, Mann. Ah! 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 Ich habe mich noch äffli. Nein! Ich bin tot. Es stirbt durch. Komm hoch! Komm jetzt mal hoch! Komm hoch und heil mich! Komm hoch und heil mich! Ich habe einen geschlitzten Zombie oben. Komm hoch! Da sind die Busse, warte auf mich. Komm jetzt rein und heil mich, jetzt sind sie weg! Ah, 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 sie sind weg! Ah, Scheisse! Ist der Mann im Leben? Lebst du noch, Manni? Ich bin gestopft. Scheisse. Ich habe mir dann geküsst, was ich nicht machen konnte. Ich habe einen Scheiss-Nein bekommen, was erwartet ist. Ah! Ah! Das ist ein Scheiss, Alter. Du kannst dich aussehen. Das ist ein Trauer, ich bin nicht. Aber ich glaube, der geht gerade. Aber ehrenhaft, jetzt schauen wir ihn. Er hat nicht mal geschüttet. Ja, das ist ein Scheiss, das ist ein Scheiss. Nein, ich habe mir jetzt jede Menge Fleisch geübt. Genau da! Genau da! Der Typ hat keine Chance, Alter. Das ist überall, ja. Daran hat er niemanden Jüge. Man muss Jüge vielleicht schon, oder? Keine Chance, das ist eine Chance, Alter. Was ist? Er will zu klein, er will zu klein. Ja, das ist schon nicht schlecht, Alter. Aber er hat eine Chance, dass er nicht zu klein hat. Ja! Du bist gerade angefangen, überleg mich. Ja! Ja! Er schafft das schon an, Alter. Er schafft mich. Das ist die erste Runde, die Anfang. Da kommen noch viel mehr. Wir haben doch Munition aus, bevor er alle hat. Ich sollte mich nach neuer Munition verbringen. Ich bin nicht schon leer. Der ist süss. So wie ich. Ja, aber er ist echt so glücklich, Alter. Schreiner! Er sieht mit dem Eis kaputt. Jetzt geht's drauf. Ich bin nicht so glücklich, mit dem Spielen. Wir können noch einmal mit dem Spielen. Nein! 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 Das ist der Motiv von uns, he? Nein! 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 Nein!